schönen guten abend willkommen hier auf unserem channel project im art gaming ich bin art und wir werden heute das neu erschienene game drill deal zocken neu erschienen bedeutet am 9.3 22 im grunde baut man eine ölplattform auf das tutorial habe ich gespielt ich habe es noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden aber wir fangen jetzt einfach mal in der nordsee an also irgendwie müssen wir wohl minen zerstören und eine plattform okay so was müssen wir missionen können wir noch mehr machen nein okay main objective das war mein spiel plattform haja 15 employees bilder defensive gun industrial all mine ich mache dann mal wieder erst mal pause als allererstes also das ist hier quasi unsere plattform in der mitte ist der bohrturm das heißt da können wir eigentlich auch gleich schon jemanden einstellen der anfängt rohöl zu suchen dann nehmen wir den jackson hier so jackson du arbeitest hier so jetzt mal technology 3 maintenance das heißt für den defensive tarant brauchen war ich habe nichts weiß nicht ob ich das schon alles raushauen soll oder erst mal wahrscheinlich sollte ich mich erst mal um die basics hier kümmern bevor ich hier alles raus das heißt wir bauen jetzt hier natürlich auch noch eine raffinerie und die braucht strom sehe ich das richtig die braucht strom ja wo kriege ich den strom her hier nicht ist das hier small gas generator input gas ich habe 22 gas kriege ich das hier durch weiß ich nicht ja ich bin gas und rohöl okay das heißt wir setzen jetzt hier an die stelle erst einmal strom hin ich mache mal die pause weg muss ich da jemanden einstellen nein was braucht er lack of resources production das halte ich doch für ein gerücht oder doch nicht mehr der ist noch nicht fertig hier oder da jetzt haben wir nämlich rohöl so und dafür brauchen wir jetzt einen neuen mitarbeiter der ja was machen kann ich überlege jetzt gerade das ist für expeditions timothy parker so du gehst jetzt hierhin arbeiten und dann als nächstes brauchen wir so wie ich das verstanden habe brauchen wir natürlich erstmal basic quarters die packen wir hierhin das ist nämlich hier auch empfohlen wir brauchen bedroom kantine dann brauchen wir noch eine kantine das müsste hier auch sein einmal ein buffet das buffet braucht natürlich auch using water habe ich water water habe ich so dann brauchen wir hier noch einmal eine küche und ich baue vielleicht sicherheitshalber auch noch mal einmal so ein essens kann ist da so wie gesagt ich weiß nicht so richtig was ich hier tue wir brauchen hier natürlich ein ein bearbeitet das ist glaube ich das was ich brauche amount of needed and use power oder wie viel power kannst du denn rauspumpen das produziert 50 power ja das ist viel zu wenig sehe ich das richtig so jetzt fehlen mir natürlich die ganzen building blocks wir strom brauchen der er braucht 50 das brauchte noch strom hat braucht 60 strom mache ich das jetzt erst mal aus also was braucht denn hier so viel strom steht das da amount of needed and use power okay wir brauchen aber auf jeden fall als nächstes building blocks so das heißt das kriegt man hier über das schiffchen wie viel bestellen war denn mal 80 kostet 800 um gottes willen und davon nehmen wir auch noch mal 40 120 so das heißt wir brauchen jetzt auch noch einen koch sehe ich das richtig kann hier einer von euch kochen er kann kochen der rhein hill so du gehst kochen machen wir mal die pause weg und gucken was passiert wir sehen fehlt uns wohl offensichtlich doch noch strom so wir haben gasolin hast du gasoline müsste eigentlich auch produzieren sich richtig schauen wir mal also da kommt auf jeden fall das schiff mit den ressourcen achten die das buffet braucht auch strom ok braucht alles strom hier meine güte wir müssen natürlich auch irgendwie was verkaufen können wir irgendwas verkaufen habe ich irgendwas sofort parat nicht so wirklich aber wir brauchen irgendwie geld total ist ich kann natürlich wie viel gasolin produziere ich denn am tag 20 oder den höhen war das auf 20 4 4 tage und das sagen war 40 ich will ich verkaufen ja so mein schiff ist angekommen das heißt wir bauen jetzt hier noch mal ein strom generator wir haben jetzt genügend strom das heißt er produziert jetzt gut das ding ist aus so wir haben 170 strom produzieren bei 140 verbrauchen wir bereits was fehlt mir noch ein workshop ok und über so unterhaltung wäre nicht schlecht nicht wahr aber ich sollte mich vielleicht auch noch um die nachtschicht kümmern ich überlege jetzt gerade damit ich hier doppelt so viel produziere sollte ich vielleicht drüber nachdenken oder brauchen ein kleines kino nach unten workshop wo kann man in den workshop bauen also hier könnte ich so eine plattform bauen natürlich auch so eine dicke haben ich war jetzt aber immer noch den small cinema small gym workshop basic maintenance braucht man dafür ok für 200 gold ja nehme ich mal so damit habe ich jetzt hier den workshop der kostet 500 gott so großartig viel kann ich mir das nicht leisten wegen spulen wir mal ein bisschen vor so jetzt ist nacht das heißt jetzt arbeitet keiner wir machen plus 62 am tag das ist nicht so wirklich viel noch 200 fuel habe ich das habe ich nicht 120 habe ich ja war das mache ich doch glaube ich gerade eben pennt keine andere waren die denn jetzt wir alle so das heißt ich stelle einfach neue leute ein ich und dich war das heißt in der nachtschicht nicht so begeistert in der nachtschicht ist das ist ein entertainment also du gehst in der nachtschicht drillen und du gehst in der nachtschicht nachtschicht zur raffinerie damit sich das auch lohnt und die beiden pennen jetzt wir machen machen trotzdem plus sieben am tag warum auch immer von fünf von sieben employees er holt jetzt hier alles ab da kann er scheinbar über die ganzen minen drüber heizen so das heißt minus 42 am tag ja ich sollte das natürlich wahrscheinlich erhöhen so das ging hier über den contract rio cargo für schwefel 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 heavy oil solid fuel wie auch immer man das macht heavy oil fehlt uns natürlich gold geld so sieben spuren mal jetzt einfach ein bisschen vor bis wir hier quasi ja mehr verkaufen können warte mal das kann ich doch jetzt verkauft ne doch kann ich wohl ich kann einmal für tausend so ich habe jetzt einmal gut ich habe tausend dazu bekommen sehr schön sehr schön so das heißt ich gehe jetzt hin und baue wir brauchen zweimal das heißt wir brauchen noch eine shipyard expedition weil ich kann ja glaube ich immer nur einen zuweisen ja requires technology shipyard expedition 2 könnte das auch weg abreißen 25 ich überlege jetzt gerade wie sieht es hier mit ich verliere wasser ok food ingredients verliere ich auch so wir haben crude oil ich habe ja mehr als genügend Öl ja ja aber brauchen wir jetzt erst mal den workshop oder workshop den ich jetzt mal hier hin da brauchen wir ein mitarbeiter der drillt aber das ist okay ich glaube wir haben nämlich jetzt eh erstmal mehr als genügend crude oil das heißt der geht jetzt am tag ähm arbeiten it's good to have a workshop ist das kein workshop achso wahrscheinlich weil der noch nicht arbeitet ok natürlich ein papier da auf der repädiert jetzt ja sehr schön ok ja wie lange laufen die kontrakts noch zwei tage ok was brauche ich denn jetzt für employees also employee care basic cinema auch gott 600 das kann man sagen ich alles nicht leisten jetzt erst mal kann ich hier noch was verkaufen ich könnte natürlich der soll ein verkaufen war jetzt einfach mal 4000 so das heißt das lohnt sich jetzt für mich war sie basic cinema alles klar so und dann bauen wir jetzt hier ein kleines kino macht das ding lärm oder wird ok die küche macht also lärm ja dann bauen wir das ist mir vorne das glaube ich egal dann brauchen wir hier das kino hin ja und dann brauchen wir eigentlich auch zwei mitarbeiter die da jetzt arbeiten ähm ich bin ich jetzt gerade so der einzige der das kann so mittlerweile sechs von sieben mitarbeitern das ist natürlich auch schon quasi am limit beschleunige das ganze mal damit wir ein bisschen mehr geld haben können ähm und 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 das ist ja schön hat ja alles explodiert was fehlt ihm jetzt hier lack of resources for production ich habe kein futal mehr das heißt hier muss ich dann doch wieder ihm hier rein packen die sind nicht glücklich warum habt ihr kein licht die nachtschicht wohl licht okay ja tut mir leid nachtschicht deshalb hat so danke danke das heißt wir können jetzt neue kontrakts verteilen mehr sowie kann ich auch nicht anbieten ich mache 291 am tag das heißt ich kann doch hier aber 250 rein dübeln und wie wir mache ich davon auch 200 machen wir auch jetzt 250 deal und deal so das heißt wir machen fast 2000 am tag das ist gut würde ich mal behaupten ihr kriegt doch jetzt sondern ab was ist es oder ist das unterhaltung ah das ist entertainment okay das heißt wir brauchen auch nur einen für die nachtschicht der entertainen kann ja komm jaden kater du machst das jetzt wo ist jaden kater da hat noch nichts zu tun so du machst jetzt die nachtschicht damit die auch in der nachtschicht bespaßt werden damit haben wir sieben von sieben employees build more quarters ja weil ich jetzt gerade habe ich genügend food ingredients so okay poor meals steigen food ingredients sinken sowie wie komme ich denn jetzt an wasser ähm storage place for clean water small gym library ein jacuzzi ein spielraum workshop first aid defensive tower rescue tower fire brigade small expedition basic refinery kleiner gas generator wind generator connector ja wie komme ich an wasser muss ich wasser kaufen das glaube ich ja nicht das will ich jetzt mal nicht glauben kann durchaus sein dass ich auf wasser kaufen muss also genau wie meine food ingredients dass ich auf wasser kaufen muss ja nochmal wieder ein bisschen schneller damit wir an den tag kommen und ich ein bisschen Geld haben kann so wir haben 2000 money 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 so das heißt ich baue aber jetzt auch nochmal sicherheitshalber ähm die basic quarters das problem ist halt dass die küche da jetzt natürlich Lärm macht nicht wahr ja die sind hier unglücklich ähm das heißt ich werde die küche jetzt einfach mal verlegen und zwar hier hin und zwar hier hin oder ist das hier so was wir können jetzt theoretischerweise wieder vier neue employees dazu einstellen sodass der bedürftig auch schon wartung vielleicht sollte ich dann jetzt auch jemanden holen ähm der die sachen warten kann so komm geh reparieren so da geht jetzt reparieren das ist gut ähm ähm und wir ähm dumme leid dass wir alle so ein bisschen verwirrt ist aber ich bin auch verwirrt ähm in crisis building so das heißt ich will jetzt diesen turm haben danke so den turm der war doch hier oder wieso kann ich den nicht bauen oh gott wir brauchen was ist das ah der macht das ding brauche ich so was brauche ich dafür requires technology all basic production oh gott hätte ich das vorher gewusst ja dann können wir wieder vorspulen einmal kommt er da nicht dran oder was oder da müssen wir bis zum tag warten ah ok ja jetzt jetzt ist er dran gekommen ok jetzt repariert er das sehr schön ähm ja das heißt wir wollen das und wir wollen das danke 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 und ähm dann produzieren dann bauen wir das jetzt auch noch so wo war das hier unter production so da brauchen wir jetzt auch einen der tagsüber ähm gas gas chemical plant ne die bräuchte ich ok also entweder ich hole jetzt noch welche die drillen können also ich das richtig entweder einen für den workshop oder einen zum drillen falls ich da keinen finde so du gehst in den workshop so und du gehst tagsüber wo ist er so warum haben wir einen der noch frei ist wofür habe ich dich denn eigentlich eingestellt ach hier für die küche ja ja genau so jetzt fehlt es natürlich strom gottes willen ist das ähm spannend ähm strom war hier nicht small gas generator zack jetzt haben wir wieder strom und jetzt produzieren wir äh die kacke ok sollte auch irgendjemand für heavy oil finden gibt es hier irgendjemand der heavy oil die möchten heavy oil muss ich erst mal die oder geht das von unten nach oben oh gott ich bin pleite so machen wir wieder das ganze schnell aber ich würde jetzt sagen fürs erste reicht es ähm wenn euch das ganze gefallen hat hinterlasst uns gerne ein like und ich würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten mal wieder dabei seid ciao ciao